ja hallo freunde ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier auf dem Commodore 64 es ist Wochenende ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet aber trotzdem habe ich Lust einen alten C64 Klassiker zu spielen mit euch und heute habe ich mir ausgesucht das Werk Le Mans und zwar geht es da um das berühmte 24 Stunden Rennen und mal wieder ein ein Autorennspiel eins meiner Stärken kleiner Scherz am Rande ich habe da nie so richtig gut abgeschnitten aber hat mir trotzdem noch Spaß gemacht ich habe das Spiel damals in einem Spielepack bekommen mit glaube ich noch vier anderen Spielen und hab's ja sag ich mal ab und zu gespielt bin jetzt nicht sonderlich weit gekommen das Spiel endet im Prinzip wenn uns das unsere Zeit abgelaufen ist wir müssen bis zum bestimmten ähm äh 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 dass die Zeit wieder auflädt und hab ich so richtig nie geschafft aber ich fand's damals eigentlich ein ziemlich gutes Spiel und deswegen schneid euch an wir starten und schreibt's ruhig mal in die Kommentare ob ihr das Spiel kennt oder ob ihr überhaupt das 24 Stunden Rennen kennt und ob ihr auch gespielt habt und jetzt mit mir konzentriert es geht los haben wir schon start verpasst ein bisschen ähm das ist leidig aber nicht so gut den ersten haben wir schon mal den haben wir auch gekriegt Ich muss mal auf ihn gucken. Hier kommen wir Bäume. Ich möchte nicht dagegen fahren. Ah! Da haben wir ihn doch erwischt hinten. Da überholt er es wieder. Ah! Mensch, der fährt mir direkt vor der Dichte. Dieser Gräbel. Was? 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 Ja, so vielleicht läuft es gar nicht bis jetzt. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Sechs Sekunden. Oh, das ist... Aber das Zelt ist wohl aufgeladen. Ah, ja. Die fahren dir einfach vor der Dichte... Weiß ich nicht. Die provozieren es einfach. Die elenden Lappen. Ah. Jetzt aber. Hoffentlich schaffen wir es noch. Bis zum nächsten Punkt. Ah. Ich bin mal gespannt. Ob wir es bis zum nächsten Punkt noch schaffen. Da fährt mir direkt davor. Ich wollte links vorbei und... Dieser Knusperköptel... Ist doch nicht normal. Jetzt im Motor gegen Schütti fahren. Ach, nee. Feuer, Flamme. Feuer. Das, ich glaube, den zweiten Punkt schafft man nicht mehr. Ach, der scheiß Baumteil. Ja, man sollte ab und zu mal bremsen. Das ist halt so. Nur zu dumm an die Stelltier. Jetzt schafft man nicht mehr. Nee, das packt man nicht mehr. Das packt man nicht mehr. Haben wir keine Chance. Nee, das wird nichts mehr. Leider nicht geschafft. Och, Mensch. Ah. Ah. Bis zum dritten Checkpoint haben wir es nicht geschafft. Das ist ja schade. Finde ich. Aber was, Freunde, wollen wir machen? Es ist leider so. Aber... Und ich hoffe, ihr habt den kleinen Einblick in das Spiel erhalten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Oder auch über einen netten Kommentar von euch. Oder, dass ihr meinen Kanal abonniert. Aber das Wichtigste, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, let's play auf den C60. Und ansonsten, macht's gut. Tschüss.